Wir haben uns heute zu Feel Free Wichtel Aktion getroffen und zwar haben unsere Feel Free Teilnehmer mit ihren Einsatzstellen gemeinsam Kisten gepackt für Kinder in Syrien und haben damit die Aktion lieber im Karton unterstützt. Bei einem kleinen Glas Punsch, bei ein bisschen Plätzchen haben wir heute gemeinsam das Thema Engagement gefeiert am Tag des Ehrenamts und uns einfach darüber gefreut wie viele Schüler sich dann doch bereit erklärt haben am Nachmittag nach der Schule noch schnell zu kommen ihre Kiste abzugeben und an der Aktion teilzunehmen. Ich war heute bei einer hochinteressanten Aktion Liebe im Karton. Unsere Aktion fiel für ein Bettchen gepackt für syrische Kinder, damit auch diese Kinder Anteil haben an Weihnachten. Die Kinder in Syrien freuen sich ganz bestimmt auf die Liebe, die wir ihnen in diese Kartons eingepackt haben.